Musik Wir müssen jetzt alles tun, um sicher durch diese Corona-Krise zu kommen. Wir dürfen aber die anderen wichtigen Themen nicht vergessen. Digitalisierung, Klimawandel und den Kampf gegen Rassismus und Demokratiefeindlichkeit. Und dafür brauche ich eure Hilfe. Ich bin Metin, Metin Hagverdi und im September will ich für Bergedorf, Harburg und Willemsburg wieder in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Werde jetzt Teil des innovativsten Wahlkampfteams der Stadt. Wir brauchen jede Hand zum Flyern, zum Plakatieren und vor allem für unsere Online-Kampagne. Ich freue mich auf deine Nachricht.